und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klember steinbaus ach ja ferrari ist schon echt eine richtig gute automarke nur leider ist das hier kein ferrari zwinker zwinker auf jeden fall haben wir hier von rio bricks die nummer 11027 306 steine haben wir in diesem set das rote supercar 14 plus laut der verpackung geeignet und zwei von sechs sterne hat dieses set im schwierigkeitsranking das ist aber noch ganz okay weil da sind zumindest noch keine hubschrauber hinter dir wer die anspielung verstanden hat gerne die kommentare auf jeden fall ist die box von vorn auch wieder ordentlich design neutral von oben das gleiche bild auf der seite finden wir zumindest noch die maße und zwar wird das set am ende 16 zentimeter lang vier zentimeter breit und circa acht zentimeter hoch die linke seite ist dann wird design neutral und auf der rückseite sehen wir das fahrzeug noch einmal aus einer anderen perspektive dargestellt und ein paar detailaufnahmen aber das schauen wir uns natürlich dann am gebauten modell an das ganze ist auf jeden fall wieder ein fahrzeug in der neuen speed champions größe beziehungsweise acht noppen ist ja nicht mehr so neu aber man bekommt dieses set für um die 14 bis 16 euro in deutschland je nach shop in china ist das nochmal entsprechend günstiger da reden wir von um die 10 bis 12 euro auch dort schwanken die preise ich habe das ganze wie ihr an der original verpackung seht in deutschland gekauft und habe selbst 14 euro 99 dafür bezahlt die verpackung ist ja aber leider nicht gerade interessant und dementsprechend machen wir doch das ganze auf und schauen zusammen die steine tüten und die anleitung an oh man kennt ihr das wenn ihr doch so viele klemper stein setzt bestellt habt dass ihr durcheinander kommt und nicht mehr wisst welches ihr wo bestellt habt tut mir leid ich habe euch hier quatsch erzählt ich habe das set nicht für 14 euro 99 in deutschland bestellt das habe ich mit einem anderen roten sportwagen verwechselt den ich auch in der acht noppen größe bestellt habe der aber nicht von real bricks ist sondern dieses set habe ich tatsächlich gebraucht gekauft im zuge einer bestellung von mehreren sets deshalb hat mich auch dieser zettel hier angelächelt finde ich ja schon mal sehr sympathisch und es gibt neben der anleitung aber keine steine tüten im eigentlichen sinne sondern die formschöne ikea zip beutel mit den steinchen drin also damit ich euch nicht anlügen muss das ganze ist wie gesagt gebraucht gekauft kann es sein dass du dumm bist oder sowas ja das richtig und ich sollte mir glaube ich wirklich langsam gedanken machen dass ich sowas schon durcheinander bringe egal über die steinequalität reden wir wie immer während des baus wenn wir auch wirklich etwas dazu sagen können und die anleitung ist klammer gebunden wir haben eine ordentliche papierqualität aber die druckqualität könnte schöner sein das wirkt alles so ein wenig entsättigt nicht wirklich kräftig es wird ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt und insgesamt haben wir 48 bauschritte auf 13 seiten bis das set fertig ist im 48 bauschritt werden nur noch die sticker geklebt diese sind in dem fall schon aufgeklebt bis auf einen warum auch immer das wäre der sticker bogen dazu gewesen der ist doch relativ klein und handlich und bei speed champions habe ich damit sowieso kein problem und hier habe ich auch noch mal die teile liste für euch wenn euch das ganze näher interessieren sollte bauschritt 26 geschafft und ich muss ehrlich sagen es löst bisher nicht allzu viel in mir aus wir haben uns ja zum beispiel auch das boate von rio briggs angeschaut und da hat es deutlich mehr an mir ausgelöst weil es war mal etwas besonderes aber dieses fahrzeug ist bisher leider sehr unspektakulär und dementsprechend war der bau jetzt auch nicht sonderlich spannend ich meine das sind speed champions sowieso immer nur bis zu einem gewissen grad aber man hat doch hin und wieder mal baurichtungsumkehr die schön eingesetzt wird und das hatten wir bis hierhin noch gar nicht wir haben ja keine basis wie es die meisten speed champions ähnlichen fahrzeuge haben sondern alles ist hier brick build und wir haben hier sehr sehr viel luft umbaut also hier sind überall löcher drin hier ist überall luft und das wiegt bisher auch noch gar nichts und zumindest in dem stand ist es durch die ganze luft auch nicht sonderlich stabil das hängt auch noch damit zusammen dass jetzt die steinequalität von der klemmkraft nicht gerade die beste ist es ist eine relativ niedrige klemmkraft das kann natürlich auch daran liegen dass wir ein gebrauchtes set haben aber das ist eine nicht untypische klemmkraft wie ich sie von rio briggs in letzter zeit kennengelernt habe da könnte gerne noch ein wenig mehr klemmkraft drin sein dadurch dass wir so wenig klemmkraft haben lassen sie sich aber zumindest weich verbauen und man hat von dem punkt ein gutes baugefühl aussehensmäßig sehen die steine ordentlich aus wir haben im rot ton leichte farbabweichungen das hält sich aber an grenzen das schwarz ist wie bei den meisten herstellern farben stabil wir haben verkraftbare angusspunkte die sind relativ unauffällig und man muss rio briggs sagen dass bei diesem set auch die fliesen obwohl sie gebraucht sind noch einigermaßen glänzen also da habe ich selbst bei neueren steilen schon viel viel schlechtere fliesen gesehen ich hoffe auf jeden fall dass der funken der bis jetzt noch nicht übergesprungen ist jetzt bis zum ende noch überspringt und wir sehen uns gleich mit dem fertigen nicht ferrari wieder bauschritt nummer 30 und ich habe eine negativpremiere bei rio briggs und zwar das habe ich so noch nicht erlebt bei rio briggs habe ich hier eine sache die in der anleitung gezeigt wird eine bautechnik die aber in echt gar nicht umsetzbar ist das ist wahrscheinlich ein klarer fall von gut am computer geplant aber nie ausprobiert ob das auch wirklich so zu machen ist denn wir haben hinten am heck zwei sie klemms die so befestigt werden sollen und wir haben zwei gitterfliesen in trends red wo wir eine aufnahme drauf bauen sollen und eben noch eine einer plate gesagt getan so sieht das aus jetzt kann man natürlich sagen also ich kann euch das auch gerne noch mal zeigen das ist genauso gebaut wie sie es wollten also hier die aufnahme die ist hängen geblieben aber ich mache das natürlich auch gern noch mal ab um euch das zu zeigen es ist wirklich genauso gebaut wie in der anleitung nur das bauschritt 31 hier schon vorgegriffen ist das ändert ja aber nichts an der konstruktion und wenn wir das jetzt so installieren wie es in der anleitung gewollt ist dann können das maximal gerade drauf stecken denn wenn wir das jetzt so anwinkeln wollen wie es in der anleitung gezeigt wird und auf den bildern gezeigt wird dann springt das natürlich aus der sie klemm raus denn jede bewegung die wir hier machen drückt es aus der sie klemm das hält nicht und das ist einfach so nicht umsetzbar wie es in der anleitung steht also wir müssen hier leider mit der geraden version vorlieb nehmen und nicht mit der schönen angewinkelten aber das ist für mich schon die sparte fehler wenn etwas nicht baubar ist wie es gebaut werden soll die nicht passieren darf das muss in der qualitätssicherung auffallen und das gibt natürlich richtig große minuspunkte für dieses set und das ist gerade bitter weil mich das set bisher ja sowieso nicht allzu sehr überzeugt hat naja weiter geht's und fertig ist damit das rio bricks supercar die nummer 11027 super hat das fahrzeug im namen aber ich kann euch leider sagen dass dieses fahrzeug alles andere als super ist und ich nehme schon mal vorweg das fahrzeug ist das schlechteste set dass ich jemals von rio bricks selbst gebaut habe und ich habe doch schon einige rio brick sets gebaut das hat mehrere gründe aber bevor ich zu diesen gründen kommen möchte ich wie immer erst mal versuchen das positive herauszustellen auch wenn der positive part bei diesem set leider sehr spärlich ausfallen wird denn da beschränkt sich darauf dass die goldenen felgen sehr hübsch finde und ich finde es gut dass sie keine lizenz hier drauf gemacht haben denn dieses fahrzeug ist natürlich an den ferrari daytona sp3 angelehnt keine frage aber es wird kein name genannt und hätten sie den name genannt dann muss ich sagen dann wäre dieses set absoluter schrott denn es sieht einfach nicht wie das fahrzeug aus der daytona sp3 ist ein wunder wunderschönes fahrzeug ein charakteristisches fahrzeug und das hat rio bricks hier überhaupt nicht geschafft einzufangen die bezeichnung dieses fahrzeugs wurde nur von einem händler genannt deshalb wird es daran angelehnt worden sein aber sie haben es nicht geschafft das hier einzufangen aber dadurch dass keine lizenz gibt kann man das nicht vorwerfen denn abgesehen davon dass es nicht wie ein daytona aussieht sieht das fahrzeug ganz in ordnung aus mal ganz abgesehen davon dass natürlich die logos sehr an ferrari angelehnt sind was auch ein sehr schmaler grad ist wenn da nicht mehrere punkte wären und der erste punkt ist super offensichtlich eigentlich müsste ich es nicht meiner an die kamera nehmen die sticker farbe ist nicht die steinfarbe und das ist kein upsie wir haben uns um vielleicht eine tonart vergriffen sondern das geht nicht mal in dieselbe richtung wie die steine das sieht absolut schäbig aus wenn wir gerade schon bei stickern sind dann können wir auch noch drüber sprechen dass hier hinten einstig über zwei steine geklebt wird auch das keine schöne sache dann hatten wir beim bau ja schon den fehler in der anleitung beziehungsweise etwas das dort gezeigt wird aber nicht umsetzbar ist das ist auch genauso geblieben das ist nicht umsetzbar das lässt sich nicht anders machen der nächste negative punkt ist dass die scheibe sehr sehr locker sitzt das seht ihr auch gleich noch an einem anderen punkt dann haben wir ein problem mit der konstruktion hier hinten denn die klemmkraft der steine reicht nicht aus damit das hier wirklich stabil ist auch wenn ich euch gleich noch etwas anderes zeige werdet ihr sehen dass das höchstwahrscheinlich schnell abfallen wird die spiegel hätte man weglassen sollen die sehen meiner meinung nach auch nicht gut aus und der bau achtung subjektiv war meiner meinung nach super langweilig und wurde dann eben noch von den problemen auf die wir jetzt eingehen überschattet und wo ich allergisch bin ist wenn falsche werbeversprechen gemacht werden wir können uns ja mal angucken wie weit die türen hier auf der packung geöffnet werden die stehen ja wirklich nach oben und da habe ich mir gedacht super dann probieren wir das doch direkt mal aus oder denn die türen sehen nicht sonderlich hübsch aus bei dem fahrzeug aber das kann ich verzeihen wenn die funktion auch wirklich so gut ist wie sie auf der packung gezeigt wird und jetzt öffnen wir doch mal die tür und da merken wir hier ist anschlag weiter hoch geht nicht jetzt kann man natürlich sagen drückt doch weiter du siehst darauf der verpackung dass das gehen muss und dann fällt die tür ab aber dass die tür abfällt fände ich nicht mal das schlimmste wir können ja noch mal so weit drücken da fällt die tür und die scheibe ab also das ist schon mal sehr sehr schäbig jetzt könnte man sagen ja ja vielleicht hast du die eine seite nur falsch gebaut machen wir gleich mal mit der anderen seite und da fällt die tür ja ich sage nichts dazu okay mir fehlen dazu einfach die worte und wie gesagt es wäre nicht mein anspruch dass die türen so hoch gehen wenn es nicht in der werbung so gezeigt werden würde also ich möchte jetzt nicht noch mal alles zusammenfassen aber ich glaube dass was wir uns jetzt angeschaut haben reicht eigentlich schon um zu sehen warum man frust bei diesem set hat und wie gesagt die steinequalität ich möchte da jetzt nicht groß darauf eingehen weil es war ein gebrauchtes set aber ich kann einschätzen dass sie ähnlich ist bei neuen rubrik sets weil ich ja auch schon neue rubrik sets gebaut habe mehr als genug und damit sind die sachen die hier gebaut werden einfach nicht umsetzbar und wenn wir das ding einfach umdrehen und dann fällt die scheibe direkt ab und hier sind auch schon wieder ein paar steine lose das teil ist einfach soll ich jetzt was dazu sagen guckt euch das an ich habe das in der hand ich schüttel nur mal kurz und das teil fällt in sich zusammen ich meine ja man kann mit viel luft umbauen und wenigen noppen auch viele steine verbauen das geht oftmals aber wenn die bautechniken nicht für die steine geeignet sind dann kann ich das set nicht rausbringen und wenn ich dann noch falsche werbeversprechen auf die verpackung bringen und dann am ende auch noch so ein fehler drin ist wo die qualitätssicherung einfach komplett versagt hat dann muss ich sagen dann ist das set für mich schrott und wenn ich das neu gekauft hätte hätte ich es höchstwahrscheinlich irgendwie versucht zurück zu geben denn ich fühle mich bei diesem set bedrohen und das set löst in mir gefühle aus wie irgendwelche klemberstein sets aus 2012 von china herstellern die lego sachen kopiert haben und für mich ist das auf einem ähnlichen qualitätsniveau und damit einfach leider schrott schade dass es so negativ ist aber ich kann es auch nicht schön reden wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne daumen nach oben und aber daumen zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick bis weg